So, es geht munter weiter. Das Niko Bombenrohr. Großkaliber. Großkaliber ist römisches Licht mit fünf nacheinander aufsteigenden Effektbombenbetten, lautstark zerlegenden silberne Palmeffekte mit Cracking oder blaue Leuchtsterne mit Goldblitzer-Effekten. Also richtig geil. Ich bin echt gespannt. Wir haben eine gesamte NM von 47 Gramm. Wollen wir mal gucken. Schöne Käppchen ab. Und dann geht das los. So, das kommt da rein. So, Niko Bombenrohr. Ich sag mal, für den Preis kann man sich das so mal mitnehmen. Wobei ich da jetzt ein bisschen mehr erwartet hätte.